Ja, also herzliches Hallo, mein Name ist Stefan, ich arbeite hier am Riesenhofstand. Das ist ein Stand der Katzow-Bruderhaus Diakonie und das ist ein Sozialprojekt. Da geht es darum, dass Menschen, die eine geistige Bründerung haben, auch dort wieder integriert werden mit Ergotherapie. Die tun dann mithelfen beim Anbau. Bei uns könnt ihr einkaufen, ganz viele Regionalprodukte hier, also wie gesagt, sechs Kilometer von Ravensburg entfernt. Wir haben zweimal die Woche im Markt, einmal in Ravensburg am Samstag und einmal am Mittwoch in Beingarten. Ganz herzliches Willkommen bei uns.